Herein! Sie sind es. Die Möchtegern-Detektivin, die mit ihrer Intuition willkürliche Schlussfolgerungen zieht. Ich sagte doch, ich hab'n ganz mulmiges Gefühl. Dürfte ich fragen, was wohl los ist? Wenn man seinen Doppelgänger trifft, stirbt man. Ein so kniffliger Fall ist mir noch nie untergekommen. Ist das vielleicht seine Affäre? Meine ganzen Felder werden von Außerirdischen attackiert! Unbekannte Lebewesen! Endlich darauf hab' ich gewartet! Entschuldigen Sie die Frage, aber was hat es mit dem Stalker auf sich? Wie wäre es, wenn du die Kopfhörer abnimmst, damit du was mitbekommst? Sag mal Schnabbeltier, hast du vielleicht irgendwo den Täter gesehen? Hab' ich! Hab' ich! Das muss ein Traum sein! Ein wirklich seltsamer Trauuuum! Nun ja, die Realität ist immer wieder überraschend.